Gut. Ja, da sind wir wieder. Ja, wer quietscht denn da im Hintergrund? Chorizo, bleib hier. Hallo, mein Kleiner. Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt. Der ist so fein. Wow, wow. So, wir haben hier einen Tropfen Benzin, ne? Sag ich doch, einen Tropfen. Oh, konnte man wirklich einsammeln? Okay. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier machen müssen, was hier alles ansteht. Ach ja, für YouTube. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6. Sorry. Ich, ja, ich muss hier erstmal ein bisschen gucken, was jetzt hier alles ansteht. Welches Level sind wir? Okay, Level 9, Level 7 und so, Level 10. Das können wir mal alles machen. Komm mal, das hier, weil das ist wichtig und so, ne? Würde ich erstmal behaupten. Warte mal, wo sind denn eigentlich die hier eigentlich auch, ne? Wir sind ja mit denen. Oder wer wartet? Nee, mit denen hier waren wir ja ganz gut. Iranische Geschichte. Ja, komm. Verfolgen wir. So, ähm, MV-Map. Ja. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich hätte gerne, dass es bei jeder, bei jeder Aufgabe dann auch gleich, äh, ein Hinweis-Ding ist da, musst du hin. Hier, guck mal. So für ganz Doofe, weißt du? Oh Gott, ich bin. Wahrscheinlich würde er doch angezeigt, ne? Hm. Ich meine, hier so ein paar Grenzdinger und so, können wir auch wieder machen. Obwohl. Doch, hier haben wir was. Ja, hier auch. Ach, guck mal, guck mal. Das können wir doch auch ganz gut machen. Ähm, hier könnten wir dann tatsächlich... Machen wir mal so. Achso. Wenn ich nicht hier... Äh, warte mal, ich könnte doch hier draufklicken. Nee, so. Ja, okay. Und wie das markieren, dass das uns, äh, hier auf der Karte angezeigt wird. So. Entschuldigung. So. Ach, hier. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Hier sind wir. Hier gab's ja unglaublich Krieg, ey. Da erinnere ich mich dran. Das war das letzte, was wir gemacht haben. Ist das ein Ding? Ich weiß noch, dass das hier ein unglaubliches Geballer war. Damals, würde ich schon sagen. Kann man ja fast sagen, ne? Ist ja schon ein paar Tage her. So. Lass mal kicken, wie wir da jetzt schnell rüberkommen. Der Hund ist auch sofort außer Atem, ne? Der Hund Knot, der ist die ganze Zeit nur sauer. Entschuldigung, komm mal her. Hier, guck mal, Krokodilfleisch. Komm mal her. Was seid ihr denn? Füttern. Ich will dich füttern. Komm mal her. Oh Gott, nein. Ihr seid ja süß. Oh nein. Komm, du kriegst auch was. Komm hier. Ihr seid ja süß. Wie sie sich bedanken. Na schön. Ich dachte, es sind irgendwelche Viecher, die uns jetzt angreifen wollen. Aber nein. Es gibt auch nette Viecherchen. So. Können wir hier irgendwie... Weitmannsheil. Ähm. Lass mal da drüben gucken. Ist da ein Boot zufällig? Nee, hier ist nur irgendwie Treibholz. Schade. Ansonsten schwimmen wir kurz rüber. Ne, Schuris? Kleine Wurst. Wie schlapp. So wie bei dir, Wurst. So. Die Wurst wird ja gerade nicht mehr angeblendet. Stimmt. Nicht erschrecken. Was für ein wilder Hund. Mhm. Der ist sehr wild. Ah. Kram. Okay. Ähm. Ja gut. Wir schwimmen auch rüber, ne? Springen hier mal rein und verjagen die ganzen Fische. Au. Blödes Viech. Entschuldigst du, komm mal her. Fresschen. Welche Drecksau. Ey, wenn das Viech mein Hund angreift, ne? Muss mal kurz aufpassen, ne? Wahrscheinlich genau da durchgeschwommen, da wo das Viech auch gerade ist. Ja gut, okay. Da passiert das wohl nicht mehr. Sehr gut. Hast du fein gemacht. Ruf uns halt wieder ab. You're fine. Oh, wie er paddelt. You're fine. Komm her. Habt ihr den ja schon so ein bisschen vermisst, ne? So. Gut. Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel so lange nicht mehr spielt, dass ihr da so ein bisschen unsicher werdet? Äh, ey, 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 ey. Hat der gerade das Pferd über... Oh, ist gut. Ja gut. Ruhig. Da. Oh, ach da. Hi. Das ist eigentlich ganz gut, so kann ich ein bisschen üben, ne? Kann ich mich wieder ein bisschen warm schießen. Hallo, Hundi. Ah, die kann ich nicht streicheln, okay. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Wollte ich eigentlich erstmal streicheln, aber ist auch gut. Oh, ist auch okay. Ja, 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 morgen auch noch. Morgen auch noch. Wir reiten vom Hof. So. Stimmt, das ist ja nicht springen, das ist ja Straße folgen. So. Und sonst so? Auch schön, ne? Haben wir da einen Krieg angezettelt quasi und tauen jetzt ab. Bitte was? Ziel abgeschlossen. Ich habe gar nichts gemacht. Halte die Soldatos aus. Ach, was? X, warte mal. Ich muss mal kurz runter von hier. Gut, okay. Ah, da ist der Alarm. Sehr schön. Ich weiß nicht. So. Man wird jetzt schon mal geklärt. Wird von hinten angeschossen, aber dreht sich nicht mehr um. Ach, das war schon. Ja, perfekt. Da hat es natürlich sehr gut. Kling. Unsere Grenze. Oder Übergang, wie auch immer. So. Das ist der Alarm. Der ist hier schrottet. Passiert. So, was hast du? Ja, du. Was meinst du? Dani. Die Armee versucht unsere Bewegung mit einem ihrer Kontrollpunkte einzuschränken. Wir müssen ihn zerstören. Danke. Mhm. 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 Können wir machen. Ähm. Mhm. Noch was? Entschuldigung. Oh. Die gleichen Tücher, die wir haben. Haben wir hier? Schrottplinte. Eine abgesägte. Noch was? Jazz. Geil. Festival Internationale de Yaran. Nee, International. Oh, nee. Sind da schon wieder los. Ey, 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 ey. Ich meine, ruhig mal gucken kann man hier. Was ist denn da los mit euch? Hi. Interagieren. Reparieren? Nö, reparieren brauchen wir nicht. Man kann hier stehen bleiben. Das ist okay. Wer bist du? Oh Gott, brennt hier. Find ich nicht gut. Und? Komm rein. Achso, ja, äh, da. Ja. Gut, 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 gut. Ähm. Da war ja auch noch was. Okay. Warte mal. Wir müssen wirklich mal gucken, was wir jetzt hier machen. Ah ja. So Juan wollten wir. Wo ist er denn? Ähm, steht das hier? Wollen wir mal in der Fähigkeit? Ähm, willst du mal spät sagen? Hm, 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 hm. Ja, gut. Militärische Ziele. Vielleicht machen wir auch erst mal das, ne? 2000 Meter. Können wir das hier vielleicht auf den Weg mitnehmen? Mal gucken. Zeig dir mir das jetzt an, wo es ist. Das wäre ganz nett. Hier. Okay. Ähm, dann machen wir aber Schnellreise, ne? Also, relativ. Ja. Nehmen wir bis hierhin. Joa. Kurz halbwegs ordentlich hinsetzen. Gut. Und. Schnauf. Hier sind wir. Mein Hund. Sowieso. Steht auf, schüttelt sich. Alles gut. Oho, mein Kleid. Ah, das Hundi. Ah, das Hundi. Ist das ja scheißernst? Ich spreche gerade meinen Hund. Hins Maul. Okay, der nicht. Der scheint nett zu sein. So. Und dann komm mal. Komm her. So. Ruhe jetzt. Ja, komm rein. So. Ist das hier überhaupt richtig? Warte mal. Für mich mal, bitte. Ja, ja. Sieht aber gut aus, ne? Ja. Push. Entschuldigung. Ich hab dich nicht gesehen. Wir haben ja hier Rechtsfallgebot, ne? Ja. Sorry. Wir haben hier Rechtsfallgebot, ne? Wir müssen rechts fahren. Der Hund macht das. Hast du gut gemacht, Hähnchen. So. Ja, und so und so. Halt ganz normal im Verkehr, ne? Halt das halt. Ja. Ja, was? Ach ja. Ein bisschen durchs Land cruisen. Was mir gerade durch den Kopf geht. Ich, äh, wollte ja eigentlich mal mein VR-System wieder testen. Beziehungsweise, wie es jetzt nun ist, ähm, und ich muss ja mal durch, wie es nun ist, ähm, ob das da mit der, mit der Grafikkarte immer noch so Schwierigkeiten gibt, oder ob das jetzt tatsächlich irgendwie geht. Seid ihr hier? Schauen wir mal, ob es Hilfe braucht. Hi. Aus Hilfe. Reparieren. Guck mal her. Bisschen Mutterhaube hier, so ein bisschen hier, so die, die paar Bollen hier wahrscheinlich wegschweißen, oder zuschweißen. So, guck mal. Oh, ja. Oh, okay. Nice. Achso, warte mal. Ja, nice. Schön. Freut mich. Na dann. Chorys, komm. Wir haben hier jemanden glücklich gemacht, das ist schön. Das freut mich. Eine gute Tat. Wow, wow. Na dann, gute Weiterfahrt. Wir hätten jetzt auch das Auto einfach klauen können, ne? Geld kassiert, Auto geklaut, weißt du? Wäre schon ein bisschen lustig gewesen, aber nein, das machen wir nicht. So. 150 Meter. Meinsinn. Muss hier rum. Ja, ist ja gut. Richtig, denke. Hier müssen wir hin. Mahlzeit. Ist das hier der Gebäude? Ja, scheint so. Okay. Mal schauen, wie ich hier reinkomme. Übers Gebüsch. Kann ja eigentlich... Ja, so. Holla. Achtet ihr, schick dir im Schlaf! Jetzt muss ich mal schauen. Muss ich... Ich muss hier rein, ne? Komm ich hier? Nee, komm ich hier aber auch nicht. Hm. Entschuldigung, sag mal. Wie müssen wir denn... Was ist denn hier? Ah, hier vielleicht. Top. So. Gru und so. Komm ich von hier vielleicht irgendwie? Bestimmt, ne? Hier, guck mal. Ah. Nicht doch. Spähen. Hm, okay. Klettern. Komm ich von hier oben irgendwie rein? Wir haben hier schon mal ne schöne Handtasche. Was haben wir denn hier? Ähm, wir haben ein Tagebuch... Substan-Mill-Cantena? Okay. Oh, hier äh... Assassin's Creed Art haben wir hier unten... Und warte, wo wir rein springen. Nee, ähm... Wir werden hier mal kurz gucken. Können wir hier irgendwie was machen? Man scheint nicht. Entschuldigung. Ich musste, ähm... Das ist, äh... Ja. Ich musste mal gucken. Ja, ja, ist ja gut. Beruhigt euch. Aber wie kommen wir jetzt hier rein? Müssen wir da überhaupt rein? Können wir einfach runterspringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Obwohl, doch, wir haben einen Fallschirm. Glaube ich. War doch irgendwie so, ne? Aber bevor wir hier... Irgendwie so ein Blödsinn machen. Bruh, bruh, bruh. Hm. Hm, 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 hm. Ist ja gut, ruhig dich. Lassen wir hier irgendwie... Ja. Oh. Wo müssen wir denn hin? Sag mal. Hoffentlich kümmert ihr euch schnell um den Tyrann. Wer ist ein Tyrann? Wo? Gib her. Schmach. Oder ist das nur hier in der Nähe? Ist das gar nicht hier unter dem Gebäude oder in dem Gebäude? Ah, das Ding zeigt der hier hin? Oder ist das... Oder ist das ganz woanders? Nee, ne? Zeig da hin. Der mal. So, rechst du? Nee. Dachte, ich glaub den Hund hier grad springen sehen. Geh mal hier noch ein bisschen rein. Mal gucken. So, rechst du? Vielen Dank.